Hallo zusammen, heute geht es um eines der coolsten Sets und ich finde, das müssen wir zusammen anschauen, das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, bis gleich. Ja, willkommen zurück, ich bin's Pascal von Galusbrink und heute geht es um das Thema Geisterjäger und ihr denkt jetzt sicher, ich habe doch schon ein Video darüber gebracht. Ja, aber es ist nicht die Feuerwehr und es ist auch nicht der neue Ektor One, sondern es ist wieder mal was aus der Ideas-Serie und es geht heute um nichts anderes wie die 21108, man kann ja nur meine Augen sehen, das passt fast ein bisschen creepy, das coole Ideas-Set mit 440 Teilen und ich möchte euch das mit euch zusammen anschauen und falls ihr jetzt mal was draußen hört, das sind die Kinder, die am Spielen sind, die Tage werden länger, zapp nicht weiter und den Kanal abonnieren, auch nicht vergessen und jetzt ist genug geschwafelt, jetzt geht's los. Das gute Teil wurde zum 30. Jubiläum von Ghostbusters rausgebracht, aus der Ideas-Serie, ich musste das haben, denn es hat acht Noppenbreite und es passt jetzt nicht gerade perfekt in die Stadt rein, aber es, doch es geht, es passt mit der Feuerwehrstation zusammen, so sieht die Anleitung aus, ist wirklich hier vorne auch cool beschrieben, hier mit Settemore, Wankman, Spinks & Spangler, hier sind hier die Protagonisten und auch cool hier die Anleitung, hier unten ist das wie bei den Warnfarben wieder bei der Monsterfalle und so gehalten, also das finde ich schon cool, diese kleinen Andeutungen, die es immer hat und auch hat es noch ein paar Hintergrundinformationen drin über den Film, sprich über die Filme, es waren ja mehrere und auch hier wieder unten noch die Vorname Ray & Egan, es ist wirklich richtig cool und das ganze Büchlein ist in schwarz gehalten und ich finde das eigentlich noch richtig cool, schön stylisch, ja, was kann ich euch zum Aufbau verraten, also ich sehe das schon hier ein bisschen, ach sorry, dass hier viel mit Brackets auf der Seite gearbeitet wurde, ja und ich halte mal wieder die Anleitung ein bisschen komisch, so könnt ihr das besser vielleicht erhaschen, das ist ja wirklich schön mit Brackets und dann ist das von der Seite so angeklatscht, übrigens sind alle Teile bedruckt, gibt auch glaube ich ein, wie sagt man, ein Light My Brick geht dazu, aber jetzt gehen wir mal weiter, dass ihr das auch sehen könnt, für die, die es alle nicht zu Hause habt, man bekommt das noch bei uns für etwa 100, 120 Franken, sprich so um die 100 Euro, das ist natürlich ein Steine Geld für ein Set, das mal 50, 60 Franken gekostet hat, aber ich zeige es euch jetzt, also das sind die vier Protagonisten und es ist alles bedruckt, ne, also die Ghostbusters-Vliese, die Torso, das ist ja logisch, dass die Namen dort drauf bedruckt sind, aber auch hier diese Boat, Boat Blade, dass da die Boote schön rutschen, die sind auch bedruckt, und hier mit der Phasenkanone, das ist wirklich, ja, und für alle, gibt es jetzt auch neue Ghostbusters-Filme, aber ich sage mal, für alle Kinder der 80er und 90er Jahre, wir sind einfach ein bisschen mit dem groß geworden, ne, einmal im Jahr musste man Ghostbusters schauen, und wenn man das so auspackt und so zusammenbaut, dann muss man fast irgendwie noch einen Film dabei gucken, oder vorher und nachher der zweite Teil, es ist einfach cool, ne, also es, ja, auch, ja, die Filme sind einfach Kult, und jetzt kommen wir zum Schmuckstück, und ja, ja, ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wenn ihr euch ein bisschen mit Lego befasst, wie das ganze Stück aussieht, ja, und es sieht wirklich, äh, es ist einfach schnucklig, schnucklig, ne, also, ist hier diese acht Noppen breit, das ist hier die Front, das ist wirklich ein Cadillac, man kann das sehr schön erkennen, auch hier mit den Flügeln hinten dran, das ist wirklich einfach spitzenmäßig umgesetzt, äh, Scheibenwischer sind hier vorne noch, und, äh, ja, es ist einfach, es ist einfach ein cooles Set, und hier oben drauf ist noch die Warnblinkanlage, und da diese Monsterjäger-Tanks und Utensilien, die Sirene ist drauf, hier hinten noch das durchsichtige Radar, das Transparente, ja, und, äh, es passen die Minifiguren rein, und das ist schon richtig cool, und, äh, ihr könnt es vielleicht hier ein bisschen sehen, also, die Fenster, die sind hier der Längsweg eingesetzt, mit, äh, diesen Modified Plates mit dem Stift, wie ich das bei mir beim kleinen Tram gelöst habe, und dann kommen von unten da diese Clip Holder hoch, damit das schräg wegkippt, und darum, also, wenn ihr das jetzt hier gerade von vorne, ich muss das schauen, dass ihr das sieht, so könnt ihr das am besten sehen, also, es ist wirklich ein bisschen schräg, und das, ja, macht es ein bisschen asymmetrisch, halt einfach so, wie eine Karosserie gebaut ist, und das finde ich doch wirklich auch sehr, sehr schön umgesetzt. Ich blende euch gerne mal ein Bild ein, äh, vom Lego Ideas, wo gewonnen hat, also, wie das dann umgesetzt wurde, von dem, wo das eingereicht hat, von dem Lego Fan, und wie es dann Lego umgesetzt hat, und ich finde, Lego hat das wirklich sehr gut, äh, hinbekommen, auch hier zum Beispiel die Schläuche sind Pneumatikschläuche, die blauen, und das ist schon alles sehr cool, auch mit den Drucken, es ist nicht zu viel, also, ihr seht das heute, äh, wirklich, äh, die Ecto-One-Fleece vorne, und hier die Ghostbuster-Fleece, also, die Ecto-One-Fleece, die kommt zweimal vor, dann die Ghostbuster-Fleece, die kommt viermal vor, auf den, äh, im Kofferraum, auf der Seite, und bei den Minifiguren, also, es sind sechs bedruckte Teile, hinten natürlich noch diese vier Bots-Tuts, zehn bedruckte Teile, davon, ja, sind zwei Teile immer die gleichen bedruckten, und das geht wirklich auch, ne, also, ja, ist auch manchmal weniger mehr mit den Aufdrucken, also, wenn man so ein Audi nimmt, der da wirklich, äh, die Kühlerhaube ist bedruckt, wieso, dass man jetzt da vielleicht nicht noch eine Fliese mit dem Audi-Zeichen bedruckt hätte, und auf der Seite noch ein paar, äh, abgerundete Slopes, das weiß niemand so genau, ne, bei den Speed Champions muss es immer so viel sein, beim Porsche war wenig Schnickschnack, dort hätte man einfach vorne das Porsche-Zeichen hindrucken können, und hinten vielleicht GT4, und das Ganze wäre schon absolut spitzenmäßig gewesen. Ja, mein Feedback zu diesem Set, falls ihr es noch nicht habt, und irgendwie drankommt, sei es vielleicht auch im guten Zustand gebraucht, kralzt euch, es ist wirklich cool, nur schon die Figuren, die sind absolut richtig schön geworden, also, ich kann euch die nochmal zeigen, wirklich auch jeder Torso hat hier auch der Vorname, die Initiale rein gemacht, und das ist wirklich sehr schön umgesetzt, auch hier hinten sind diese Peitschen, sind das, glaube ich, in schwarz, wo da die Blaster dann werden, die Plasma-Kanonen, und hier ist noch die kleine Geister-Falle ist auch noch mit dabei, einfach drei Teile, man weiß, was es ist, wenn man die Filme kennt, ist einfach ein super cooles Set, und meine Empfehlung ist eine absolute Kaufempfehlung, ich habe wirklich leider keine mehr da, weil die sind so begehrt und so rar, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal einen Einblick zu bekommen, in so ein älteres Set, schaltet doch nächsten Sonntag wieder ein, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, tschüss zusammen!